Wie ist die Methode aus Lateinamerika? Eben die Methode kennengelernt und sie auch teilweise angewandt. Jetzt sind wir schon wieder einige Jahre zurück in Österreich und haben uns gedacht, dass das auch eine Methode wäre, die in Österreich, wie soll ich sagen, angewandt werden kann, die einen Nutzen für uns alle bringen kann. Zu meiner Präsentation, also ich habe mir das vorbereitet und ich habe das durchgedacht und wie ich das dann das zweite Mal anschaue, habe ich gesehen, dass erst relativ zu fortgeschrittener Zeit ich mit der Definition der Methode beginne. Zuerst habe ich mir gedacht, das geht vielleicht gar nicht, weil in unseren Breiten ist man handfeste Sachen gewöhnt. Aber ich habe es dann trotzdem so gelassen, weil ich denke, dass das der Methode eher entspricht. Also das offen zu lassen und nicht gleich im Vorhinein die Methode in einen Rahmen zu bringen und dann innerhalb dieses Rahmens zu diskutieren, sondern sich eher auf Leisen zu holen oder in einer offenen Atmosphäre der Methode zu nähern. Was ich aber schon zu Beginn machen möchte, ist Ihnen ein Gefühl für die Methode zu geben und da habe ich einen Text rausgesucht von Eduardo Dogaliano, den ich Ihnen jetzt gern vorlesen möchte. Das Wort und die Tat waren sich noch nie begegnet. Wenn das Wort Ja sagte, machte die Tat Nein. Wenn das Wort Nein sagte, machte die Tat Ja. Wenn das Wort mehr oder weniger sagte, machte die Tat weniger oder mehr. Eines Tages liefen sich das Wort und die Tat über den Weg. Aber da sie nichts voneinander wussten, erkannten sie sich nicht. Und da sie sich nicht kannten, grüßten sie einander nicht. Ich glaube, das ist ein sehr schöner Text, der beschreibt, was viele von uns wahrscheinlich kennen, dass dieses aneinander vorbeigehen, ohne sich kennenzulernen, ohne sich zu begegnen. Also ich war zum Beispiel relativ lange in der Entwicklungszusammenarbeit tätig und mir kommt bei diesem Text dann immer diese Mikrofinanz-Frauenprojekte in den Sinn. Das funktioniert in der Theorie ganz hervorragend, macht auch Sinn, diesen Frauen einen Zugang zu Ressourcen zu schaffen, damit sie dann in ihr Geschäft investieren können, damit sie besser produzieren können und im Endeffekt ihr Einkommen erhöhen. Wenn man sich dann aber diese Projekte in der Nähe anschaut, dann sieht man sehr oft, dass es so nicht funktioniert. Dass es noch von ganz vielen anderen Sachen abhängt. Dass es zum Beispiel davon abhängt, ist es überhaupt möglich zu wachsen in diesem Markt, in dem die Frau tätig ist. Oder wer entscheidet im Endeffekt darüber, wofür diese Mittel verwendet werden. Also da tut sich ein Spalt auf zwischen dem, was wir glauben, was richtig ist und dem, was in der Realität sich als effektiv und effizient erweist. Und genau da drauf zu schauen, das ist das Ziel der Systematisierung. Das heißt, diese Verbindung zu schaffen, diese Begegnung zu schaffen, damit wir, wie der Titel sagt, tun, was wir wissen und wissen, was wir tun. Jetzt aber der Reihe nach. Also ich habe für meine Präsentation das Symbol eines Baums gewählt. Zuerst möchte ich kurz darüber reden, woher das Konzept kommt. Das heißt also, was die Wurzeln oder woher die Wurzeln dieses Konzepts stammen. Dann, was ist der Kern oder was ist das Wesentliche? Was macht diese Systematisierung von Erfahrungen so besonders? Und wie kann durch Systematisierung von Erfahrung Wissen entstehen? Das sind dazu bei mir oben die Blätter. Und dann versuche ich auch noch, die Systematisierung von Erfahrungen von anderen Methoden abzugrenzen. Und das ist insbesondere die Studie und die Evaluierung, mit der sie häufig in Verbindung gebracht wird. Wie ich schon anfangs erwähnt habe, das Konzept kommt aus Lateinamerika. Lateinamerika ist ein Kontinent, der seit Jahrhunderten fremdbestimmt ist. Und in dieser Fremdbestimmtheit kam es immer wieder zu den verschiedensten Krisen. Und in einer von diesen großen Krisen, von diesen großen politischen und sozioökonomischen Krisen, das war in den 70er und Anfang der 80er Jahre, entstand das dringende Bedürfnis der Bevölkerung dort, oder der sozialen Bewegungen dort, ihre eigene Entwicklung zu verstehen, ihre eigene Geschichte zu verstehen und ihr Leben selbst zu gestalten. Und ein ganz wichtiger Vertreter dieser sozialen Bewegungen ist Paolo Freire, der durch Alphabetisierungskampagnen den Zugang zu den Menschen gefunden hat. Alphabetisierung war jetzt aber nicht sein einziges, also war ein Ziel, aber nicht das wesentliche Ziel und auch nicht das einzige Ziel, sondern was er unter Bildung verstanden hat oder versteht, verstanden hat, ist ein Dialog. Das heißt, er versucht, oder Bildung ist für ihn ein ständiges Fragen und Antworten, um das ganze Bild zu erkennen und um das eigene Leben zu verstehen. Also für ihn war das nicht so ein Fluss oder ein Austausch von einem, der weiß, zu einem, der belehrt werden muss, sondern für ihn ist Bildung ein Dialog, ein Austausch, wo jeder gibt und jeder nimmt. Dieses Konzept wurde eben insbesondere in der Bildungsarbeit, aber auch in ganz verschiedenen anderen sozialen Projekten angewandt, wo man sich einfach gefragt hat nach dem eigenen Kontext. Was funktioniert bei uns in Lateinamerika oder bei uns im Land oder bei uns in der Gemeinschaft? Was funktioniert nicht? Was können wir daraus mitnehmen? Und wie können wir unser eigenes Leben gestalten? Und ein anderes Konzept, an das sich die Systematisierung von Erfahrung anlehnt, ist die Aktionsforschung. Also die Aktionsforschung geht eigentlich zurück auf Kurt Lewin. Schon in den 40er Jahren hat er sich damit beschäftigt, wie Minderheiten sich organisieren, beziehungsweise wie Minderheiten oder diskriminierte Gruppen Strategien der Veränderung entwickeln. Und er hat das in drei Schritten geplant oder gemacht in seiner Methode. Er hat eine Intervention geplant. Er hat die Intervention durchgeführt und dann darüber reflektiert. Diese Methode ist dann eben aufgegriffen worden von den verschiedenen Sozialwissenschaftlern in Lateinamerika und insbesondere von Orlando Falz-Borda. Der hat sich aber weiterentwickelt und die Aktionsforschung zu einer partizipativen Aktionsforschung gemacht. Das heißt, er hat von Anfang an die Beteiligten schon einbezogen. Der hat mit den Beteiligten gemeinsam eine Intervention geplant, durchgeführt und dann gemeinsam darüber gesprochen und darüber reflektiert. Ja, diese drei Methoden, an die lehnt sich die Systematisierung an. Es sind alles Methoden, die aus der Praxis kommen und mit denen versucht wird, aus der Praxis zu lernen. Der Kern der Systematisierung ist jetzt, den versuche ich jetzt folgendermaßen zu erklären. Es geht um Aktionen. Es geht um ein aktives Konzept. Es geht darum, dass man sich bestimmte Handlungen anschaut, eine bestimmte Gruppe von Handlungen, also einen Prozess. Allerdings geht es jetzt nicht isoliert um Handlungen, sondern es geht darum, in welchem Kontext sind diese Handlungen geschehen. Und erst der Kontext, also die verschiedenen Kontexte eigentlich, die machen Handlungen zu Erfahrungen. Das heißt, ich schaue mir an, die Handlung, in welchem Zeitraum ist es passiert, welche Gesetzgebung hat das beeinflusst, aber es geht auch runter bis zum Mikrokosmos oder Mikrokultur in einer Organisation. Das heißt, wenn ich eine Systematisierung plane, dann schaue ich mir einmal zuerst an, was möchte ich denn gerne systematisieren. Also ich schaue mir an, welchen Prozess ist für mich interessant und welche Aspekte dieses Prozesses möchte ich dann genau betrachten. Das Zweite, was aber ganz wesentlich und ganz wichtig ist, ist eben der Kontext, wie ich schon gesagt habe. Und das kann ein objektiver Kontext sein, aber bei der Systematisierung geht es ganz speziell auch um den subjektiven Kontext. Also da geht es darum, wie ging es mir mit dieser Erfahrung, welche Perspektive habe ich, welche persönliche Geschichte bringen die einzelnen Beteiligten mit, was war meine eigene oder was war die Wahrnehmung der Beteiligten, die eben diese Erfahrung gemacht haben. Und bei der Systematisierung von Erfahrungen beschäftigt man sich relativ lang und relativ intensiv mit dem Kontext, in dem dieser Prozess abgelaufen ist. Ist jetzt der Kontext geklärt, beziehungsweise das ist ein laufender Prozess, auf den man immer wieder zurückgreift, aber jedenfalls ein nächster Schritt oder ein weiterer Schritt bei der Systematisierung von Erfahrung ist das Aufzeichnen der Geschichte. Da geht es jetzt darum, zu versuchen, nicht zu bewerten und nicht zu analysieren, sondern es geht darum, einfach nur einmal zu betrachten, was war. Was ist geschehen? Diese verschiedenen Geschichten einfach zu erzählen und aufzuzeigen. Und weiter noch einmal gar nichts. Und wenn man sich jetzt diese Geschichten anschaut, dann kann man erkennen, dass sehr viel, was in diesem Prozess geschehen ist, vom Wissen und von den Kompetenzen der einzelnen Personen, die da beteiligt waren, abhängt. Jetzt bei der Systematisierung von Erfahrung geht es nicht um dieses technische Wissen. Es geht nicht um das technische Know-how, sondern es geht ganz besonders um das implizite Wissen, also um ein Handlungswissen, um ein Wissen, das man in der sozialen Aktion erwirbt und auch nur in der sozialen Aktion weitergibt. Und dieses Wissen ist sehr schwer greifbar und den Personen oft gar nicht bewusst und deshalb auch schwer artikulierbar. Deswegen ist eben diese erste oder diese Aufzeichnung der Geschichte, ohne das jetzt von irgendeiner Seite zu analysieren oder zu bewerten, ganz wichtig. Und erst dann, wenn man die verschiedenen Geschichten und die verschiedenen Perspektiven hat oder erfahren hat oder erzählt hat, dann machen wir einen Schritt zurück und reflektieren über das Erfahrene oder über das Geschehene. Das, wie gesagt, machen die Beteiligten selber. Sie versuchen im Prozess wesentliche Elemente herauszufinden und sie versuchen, Brüche zu identifizieren. Also wo ist in diesem Prozess irgendetwas Unvorhergesehenes, etwas Unerwartetes geschehen? Das kann zum Beispiel sein, dass man, ich weiß nicht, Workshops gemacht hat und dann draufgekommen ist, na, ich muss eine andere Methode verwenden, denn sonst kommt das bei der Zielgruppe nicht an. Das kann sein, dass Konflikte aufgetreten sind und dass man sich anschaut, wie sind diese Konflikte bearbeitet worden oder wurden sie überhaupt bearbeitet, zwischen wem sind diese Konflikte aufgetreten, dass man sich dem Prozess so auf diese Art langsam nähert. Wenn man den Prozess dann so betrachtet hat, dann kann man, glaube ich, schon einiges verstehen. Also dann ist es nicht mehr so ein Prozess, der irgendwie gelaufen ist, zu dem ich meine Meinung habe, sondern da kann ich dann auch verstehen, dass andere Leute eine andere Perspektive darauf haben und dass es eben bestimmte Gründe für Brüche oder für Änderungen gibt. Und wenn ich dann das verstehen kann, dann kann ich das auch für meine Zukunft nutzen und die Zukunft besser gestalten oder solche Prozesse in Zukunft anders gestalten. Und was bei einer Systematisierung von Erfahrungen ganz besonders wichtig ist, ist diesen Prozess der Systematisierung auch mit anderen zu teilen. Also man macht das eigentlich schon für die Gruppe, man macht das auch für sich selber, also für den Einzelnen, aber das Ziel ist jeweils, das auch einer größeren Gemeinschaft zugänglich zu machen. Weil viele Prozesse sind ähnlich, gleich ist kein Prozess, aber ähnliche Prozesse gibt es sehr wohl und da nützt es dann auch anderen Personen oder anderen Gemeinschaften, wenn sie sehen, was hat bei dieser Gruppe oder was hat bei diesem Prozess funktioniert, wie ist das gelaufen, warum hat das nicht funktioniert, warum hat gerade das funktioniert, dass man da dann auch für die eigene Praxis Verbesserungen erzielen kann. Dieses Teilen, das kann auf unterschiedliche Art passieren. Ich habe da ein paar Bücher mitgebracht, die ich später dann nochmal herzeigen möchte. Aber jetzt, gerade in Lateinamerika, wo es ein eher oraler Kontinent ist, wo sehr viel mehr erzählt als geschrieben wird, gibt es auch sehr viele Radioprogramme zum Beispiel, die die Systematisierungsprozesse aufarbeiten. Und die neuere Art, eine Systematisierung aufzubereiten, ist natürlich die Nutzung vom Internet. Das heißt, es gibt Websites, wo die verschiedenen Systematisierungen dann aufbereitet und dargestellt werden. Wenn man sich jetzt diesen Prozess so anschaut, dann stellt sich die Frage, wie kann jetzt aus einer Systematisierung von Erfahrung Wissen entstehen? Für mich ist diese Entstehung von Wissen dieser Aha-Effekt. Als Kind hat man das ja relativ oft. Als Erwachsene versteht man vielleicht ein bisschen weniger, weil da häufen sich die Aha-Effekte dann nicht mehr so. Aber grundsätzlich ist das ein Gefühl. Und zwar ein sehr schönes Gefühl, wenn man mal irgendwas verstanden hat. Und genau dieses Verstehen und dieser Aha-Effekt, der wird mit einer Systematisierung versucht. Ich glaube, dass der Kern oder das Gelingen einer guten Systematisierung vor allem davon abhängt, ob es gelingt, die Teilnehmenden oder die am Prozess Beteiligten auch wirklich gleichberechtigt einzubeziehen. Wenn ich ein ganzes Bild der Wirklichkeit haben möchte, dann muss ich möglichst viele Perspektiven zulassen und auch möglichst viele Perspektiven anhören und wichtig nehmen. Jetzt ist es natürlich auch bei einer Systematisierung wie in jeder Gruppe so, dass es Machtstrukturen gibt. Und um eben zu diesen Perspektiven zu kommen, ist die gegenseitige Achtung und die gegenseitige Wertschätzung ein besonders wichtiger Punkt in der Systematisierung. Und genau das ist meines Erachtens auch ein Punkt, den Paula Freire besonders betont hat, der von einem gleichberechtigten Lernen, der von einem gegenseitigen Lernen aller ausgegangen ist. Was aber noch ein Charakteristikum der Systematisierung von Erfahrung ist, ist, dass es eine Einheit von Subjekt und Objekt gibt. Das heißt, dass diejenigen, die den Prozess erlebt haben, auch gleichzeitig diejenigen sind, die den Prozess betrachten. Wer sonst sollte wissen, warum was passiert ist, als diejenigen, die das erlebt haben. Jetzt, die Systematisierung von Erfahrungen ist eine Methode, die ganz bewusst subjektiv auf das Geschehene zugeht und die sich erst dann in einem nächsten Schritt an das Subjektive zurücknimmt und dann darüber reflektiert. Das ist ein wesentlicher Punkt bei der Systematisierung. Es ist bewusst eine subjektive Methode und deswegen ist es auch besonders wichtig, dass man den Kontext betrachtet, um das Ganze, wie soll ich sagen, übertragbar dann auch zu machen. Ein nächster Punkt ist, dass mit der Systematisierung von Erfahrung die Verbindung von Theorie und Praxis versucht wird. Also wenn wir uns über den Prozess Gedanken machen, dann ist es wichtig, dass wir nicht bei vordergründigen Fragen stehen bleiben, sondern dass man tatsächlich versucht, da in die Tiefe zu gehen. Dass man sich nicht gleich zufrieden gibt und auch nachhakt und nachfragt, warum ist was passiert. Es geht darum, dass man die innere Logik erkennt. Also dass man Muster in Handlungsweisen ausmachen kann, dass man die Theorie, die dahinter steht, aufdecken kann. Und wenn das gelingt, dann kann aus der Systematisierung von Erfahrung, aus diesem sehr subjektiven Prozess, auch objektiv für die Theorie ein Gewinn erreicht werden. Das wiederum setzt voraus, dass die Personen bereit sind, sich selbst zu hinterfragen, die sehr kritisch darüber zu reflektieren, was oft nicht ganz leicht ist, sich und die eigene Lebenseinstellung, wie soll ich sagen, in Frage zu stellen, zu hinterfragen und dann auch bereit zu sein, das, was nicht gut gelaufen ist, anzunehmen und in der Zukunft zu verändern. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass mit Systematisierung von Erfahrungen das alles so einfach gelingt. Ich möchte sagen, dass das eine Methode ist, in der das alles möglich ist. Allerdings ist es notwendig, dass es da auch Raum und Möglichkeit dafür gibt, dass man sich eben artikulieren kann, dass man auch kritisch denken kann und dass man gleichberechtigt mit anderen einen Prozess betrachtet oder über eine persönliche Erfahrung spricht. Kurz zusammenfassend, was ich vorher gesagt habe, also ein Versuch einer Definition. Die Systematisierung von Erfahrungen ist wie gesagt eine Methode, die sich auf die Praxis bezieht, die eine aktive, also die sich auf Aktionen bezieht, die eine Handlung voraussetzt. Die Systematisierung von Erfahrungen ordnet einen bestimmten Prozess und zwar einen relevanten Prozess. Also ein Prozess, aus dem man auch tatsächlich was lernen kann. Da ist es jetzt nicht wichtig, ob dieser Prozess besonders lang gedauert hat oder ob das Projekt besonders teuer war, sondern es geht darum, dass es eine Erfahrung war, die die Möglichkeit bietet, daraus was zu lernen. Und über diesen relevanten Prozess wird dann reflektiert und die Erfahrungen werden interpretiert. Was herauskommen soll, ist ein Verständnis darüber, warum etwas so abgelaufen ist. Und zwar warum etwas so abgelaufen ist und nicht anders. Also wie dieser Prozess funktioniert oder funktioniert hat. Und eine Systematisierung von Erfahrung ist sowohl ein Lernprozess für jeden Einzelnen, aber auch ein Lernprozess für die Gemeinschaft. Und zwar für die Gemeinschaft, die am Prozess selber beteiligt war. Und wenn es dann noch gelingt, darüber hinaus einen Lernprozess auszulösen, dann ist das Ziel erreicht. Oder ist das Ziel besonders gut erreicht. Eigentlich ist es schon sehr gut, wenn man selber was lernt. Oft werde ich gefragt, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen einer Systematisierung und einer Evaluierung. Weil dort gibt es, glaube ich, die meisten Berührungspunkte und die meisten Möglichkeiten, das zu verwechseln. Während bei einer Systematisierung geht es darum, sich eine Erfahrung anzuschauen und anzuschauen, warum ist etwas passiert. und das Ziel ist, das Ganze zu verstehen und zu lernen. Während bei einer Evaluierung geht es eher, oder geht es darum, was ist rausgekommen. Was habe ich vorher geplant und was ist jetzt das Ergebnis meiner Aktion? Und ist es besser oder schlechter oder war das eine Punktlandung? Und das dient dazu, um einen bestimmten Prozess zu bewerten. Oft wird dann eben auch, weil dieses Theorie- und Praxiselement sehr oft kommt, wird auch der Unterschied zu einer wissenschaftlichen Studie wichtig oder relevant. Und eine wissenschaftliche Studie geht jetzt im Gegensatz zur Systematisierung sehr objektiv an die Sache heran. Das Ziel einer Wissenschaft ist, möglichst objektiv darzustellen oder einen Aspekt darzustellen und den zu erklären beziehungsweise etwas Neues über diesen Aspekt zu erfahren. Was haben jetzt wir für Erfahrungen mit der Methode? Ja, also das Erste ist jedenfalls Systematisierung von Erfahrungen ist eine Methode des Wissensmanagements. Es ist keine Methode, die allein das Wissensmanagement einer Organisation ausmachen kann. Es braucht schon einen Methodenmix, aber die Systematisierung von Erfahrungen ist insbesondere geeignet um eben dieses implizite Wissen, das soziale Wissen sichtbar zu machen. Diese Art von Wissensmanagement oder die Systematisierung für Wissensmanagement hat vor allem Horizont 3000 in sehr großem Umfang angewandt. Horizont 3000 ist eine Organisation der Entwicklungszusammenarbeit, die sehr viel mit den verschiedenen Partnerorganisationen in den sogenannten Entwicklungsländern zusammenarbeiten und die haben dann gesehen, eigentlich machen unsere Partner in Nicaragua ganz was ähnliches wie unsere Partner in Uganda, aber sie wissen es nicht voneinander. Das heißt, sie haben dann in einem sehr großen, aufwändigen Prozess viele einzelne Projekte systematisiert und diese einzelnen Systematisierungen dann auf einer Website allen Partnerorganisationen zur Verfügung gestellt. Also Horizont 3000 hat tatsächlich Systematisierung sehr umfangreich als Wissensmanagement angewandt. Was meines Erachtens noch ein großer, positiver Punkt von Systematisierung ist, dass es Räume der Begegnung schafft. Und zwar habe ich da jetzt ein Beispiel mitgenommen. Das ist ein Buch, das herausgekommen ist, einer Systematisierung. Das Projekt ist ein Train-the-Trainer-Projekt in Peru. Da geht es darum, Multiplikatorinnen auszubilden, die in ihrer Gemeinschaft verschiedene einkommensschaffende Maßnahmen umsetzen sollen. und das Projekt ist finanziert von der Schweizerischen Entwicklungszusammenarbeit und von der Weltbank. Die Weltbank ist ja jetzt nicht gerade berühmt für die Basisarbeit und deswegen habe ich das eben gewählt für Schaffträume der Begegnung, weil das eine der wenigen oder vielleicht sogar die einzige Möglichkeit war, der Projekt Teilnehmenden auch einmal mit dem Geldgeber zu sprechen und denen zu sagen, wie geht es uns eigentlich mit dem Projekt oder was ist für uns wichtig und was spielt für uns eine wesentliche Rolle. Für die Systematisierung von Erfahrung, habe ich ja schon erwähnt, ist der Kontext ganz besonders wichtig und es kann sich dann auch als Methode an die verschiedenen Kontexte anpassen. Da gibt es eine Systematisierung, die ich auch mit begleitet habe, das war in Esmeraldas in Ecuador und es ist ein Straßenkinderprojekt der Salisianer. Die Salisianer haben ja ihre Straßenkinderprojekte auf der ganzen Welt, glaube ich, und für diese Organisation in Esmeraldas war es ganz schwierig mitzuteilen, was denn jetzt das Besondere an ihrer Arbeit ist. Dazu muss man wissen, dass in Esmeraldas eine der ärmsten Provinzen Ecuador ist, dass es eine Provinz ist, in der sehr viel Kriminalität und sehr viel Gewalt und sehr viel Jugendarbeitslosigkeit herrscht und in eine Provinz, in der die Afro-Equatorianerinnen leben und es in der Provinz auch sehr viel Rassismus gibt. Ich glaube, dass es mit dieser Systematisierung sehr gut gelungen ist, diesen Kontext darzustellen und die besondere Arbeit in diesem Kontext auch aufzuarbeiten. Im Moment gerade begleite ich eine Systematisierung von Trialog. Das ist eine Organisation, die sich bemüht, ein Netzwerk zu bilden zwischen NGOs in den alten EU-Staaten, in den neuen EU-Mitgliedstaaten und in den Partnerländern, also in den sogenannten Entwicklungsländern. und bei dieser Systematisierung ist uns sehr stark aufgefallen, dass dieses Netzwerken oder ob ein Netzwerk funktioniert, ganz stark davon abhängt, welche Leute sind da tätig. Wie kann es gelingen, einen Raum zu schaffen, damit Netzwerken auch tatsächlich für alle als nutzbringend empfunden wird. Das, glaube ich, ist mit der Systematisierung von Trialog besonders gut gelungen, dass man dieses implizite Wissen, also diese Soft-Skills des Netzwerkers da ganz gut sichtbar machen konnte. Und dann habe ich noch eine mitgebracht, eine Systematisierung, das ist eine Systematisierung aus Nicaragua. Da geht es darum, dass verschiedene Trainerinnen, Multiplikatorinnen mit verschiedenen Organisationen von Bauern oder Bäuerinnen alternative Produktionsmethoden einführen wollten. Und das ist teilweise gelungen. Wie sie das aber dann tatsächlich verbessern und umsetzen könnten, das haben sie in dieser Systematisierung sehr gut herausgearbeitet. Und da, glaube ich, geht es auch dann darum, wie kann man gut in eine Gemeinschaft reinkommen und wie kann man tatsächlich zu einer Verbesserung der Praxis beitragen. Das sind ein paar Systematisierungen, die ich kenne und die ich auch teilweise begleitet habe, wo man meines Erachtens sehr gut sieht oder sehen kann, was das Besondere an dieser Methode ist. und damit bedanke ich mich einmal für die Aufmerksamkeit und gebe das Wort an den Gerald weiter. Ja, danke Elisabeth für die Darstellung von einer Thematik oder einem Zugang, mit dem du dich beschäftigt hast in den letzten Jahren, der mir sehr spannend erscheint und was mir daran spannend erscheint, ist der Inhalt meines Kommentars. Also ich mache jetzt keinen dekonstruktiven Kommentar, um mir jetzt zu erklären, was daran eigentlich eh nicht funktioniert und wieso wir es anders machen sollen und konventionelle Verfahren des Wissensmanagements überlegen sind, natürlich, sondern ich mache eher so eine Laudatio. Ich hoffe, das ist jetzt nicht unangenehm, weil mich das ja doch recht beeindruckt. Ich habe sechs Punkte und der erste davon ist eben, hier geht es jetzt wieder um ein Beispiel, wo wir etwas vom Süden lernen können und das erscheint mir doch bemerkenswert, weil es nicht selbstverständlich ist. Also wir sind ja mittlerweile, gewöhnen wir uns daran, dass die Weltordnung ein bisschen ins Wanken geraten ist und dass die klugen Dinge nicht nur aus Japan und den USA und vielleicht aus Kandinavien kommen, sondern es möglicherweise irgendwie in Brasilien, vielleicht sogar in China interessante und intelligente Dinge gibt. Ganz sicher sind wir uns da nicht, weil es scheint immer noch so sein, dass die Erfolge dieser Staaten auf wahrscheinlich grausliche Art und Weise erarbeitet worden sind und doch das eigentlich Wissen bei uns ist, aber vielleicht, wenn man das infrage stellt oder diese Erfahrung systematisieren würde, würde man schon nach den Punkt finden, dass es etwas zu lernen gibt vom Süden. Das reiht sich dann ein in die Rezeption von Personen wie Paolo Freire, den du öfter erwähnt hast, Ivan Illich, Augusto Boal, also wenn man jetzt Lateinamerik einmal hernimmt, die Befreiungslogie, die Dependenztheorie und auch jüngere Theoretikerinnen, die vielleicht weniger bekannt sind, die alle dazu beitragen, unserer Welt sich zu dezentrieren, also nicht sozusagen auszugehen von uns als Zentrum der Welt, Österreich oder Wien genau genommen, wenn nicht sozusagen Wien-Neubau als Zentrum des eigentlichen Seins, sondern zu sehen, da spielt sich auch anders wo was Spannendes ab. Das gilt jetzt generell also für die Erfahrungen in der Edukation Popular, in deren Rahmen sich das abspielt, dieser Lernprozess, das ist ja ganz am Beginn auch angesprochen, das ist sozusagen eine lateinamerikanische Erfahrung auch, oder eine lateinamerikanische Praxis ausgebildet zu haben, in verschiedenen Ländern und zunächst einmal ja doch auch sehr stark im Kontext von Militärdiktaturen, also von repressiven Kontexten, nicht ausschließlich, aber auch mit allen Auf und Abs, die es gegeben hat und natürlich hat der Lateinamerik auch etwas von Österreich gelernt, weil ich da vorhin gerade an der Volkshochschule vorbeigegangen bin, die da ums Eck ist, das knüpft natürlich an an die Frage der Volksbildung, die auch gerade in der Zwischenkriegszeit durchaus auf innovative Art und Weise auch in Österreich und Deutschland diskutiert oder praktiziert wurde, aber die Art und Weise, wie man es dann sozusagen politisiert hat in Lateinamerika ist doch so, dass ein interessanter Rückkehreffekt zu begrüßen wäre und sei es in Form dieses Ansatzes, den du jetzt skizziert hast. Also das ist das Lob Nummer eins, vom Süden Lernen. Das Lob Nummer zwei betrifft so die Frage, was hat es mit dieser Systematisierung eigentlich an sich, wenn ich mir jetzt diese Begriffe anschaue, also nicht in die Details gehen, die du besser kennst und dargelegt hast, sondern mir scheint der Systematisierung so eine Art anthropologisches Bedürfnis zu sein, also uns sozusagen auch irgendwie als Menschen sehr zu entsprechen. Ich habe ein sehr schönes Buch zu Hause und wie viele andere der schönsten Bücher habe ich es nicht gelesen, aber ich schaue manchmal hinein, die unendliche Liste von Umberto Eco, also schön, weil es ein Bildband ist und ich musste mir das jetzt wieder hernehmen, weil diese Fragen nach dem Listen erstellen ist es sozusagen ein erster Schritt zu systematisieren. Das, was du skizziert hast, ist ein bisschen was anders, aber vielleicht wenn dann dein Workshop stattfindet, vielleicht entstehen ja dann die eine oder andere Liste auch. Aus meiner Sicht und meinem persönlichen Alltagserleben ist es ja das Listen erstellen, das mir hilft, irgendwie die Unsicherheit des Alltags und der Existenz sozusagen einigermaßen zu bewältigen. Diese Frage stellt auch Umberto Eco, wieso werden in der Kulturgeschichte ständig Listen erstellt, seit der Antike im Übrigen, und seine These ist, da geht es eigentlich um nichts anderes als um Krisenbewältigung, weil wir Menschen halten das so schlecht aus, dass sich ständig alles ändert und vor allem in Krisenzeiten florieren die Enzyklopädien. Also in meiner persönlichen Praxis gibt es in die Zukunft gerichtet die To-Do-Listen, das ist der Versuch der Zukunft habhaft zu werden. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber eine To-Do-List ist das, was sozusagen am Tag, an dem sie umgesetzt werden sollte, hinfällig ist, weil es immer anders kommt als gedacht. Und dann gibt es die Listen über die Vergangenheit der gelesenen Bücher, der bestiegenen Berge etc. Das sind so Versuche, die Vergänglichkeit der Dinge und eben auch der Erfahrungen zu bewältigen. Jetzt ist die Frage mit Blick auf diese lateinamerikanischen Erfahrungen, ob Entwicklung nicht sozusagen ein Prozess der permanenten Krisenhaftigkeit ist und daher Systematisierung von Erfahrung auch notwendig ist und zwar über die Listenform hinausgehend, nochmal mehr in die Tiefe gehend. Du hast auch anklingen lassen oder angesprochen, das entsteht in einem Kontext, in dem die Krise Lateinamerikas besonders stark ist, viele Staatskrisen, Verschuldungskrise sich abzeichnet. Weil in einer anderen Hinsicht kann man natürlich sagen, eine To-Do-Liste oder eine Liste der gelesenen Bücher oder was auch immer Sie vielleicht für Listen führen, also vielleicht sind Sie ja listenfreie Menschen, weiß ich nicht, grundsätzlich ein bürokratischer Akte sind. Natürlich Suspekt, diese Akte der Selbstbürokratisierung und das wäre jetzt auch natürlich so ein bisschen das suspekte Moment einer Systematisierung von Erfahrungen. Ja, kann man den Erfahrungen nicht stehen lassen? Muss man denn alles systematisieren? Ist das nicht eh erst wieder sowas Eurozentrisches, sowas leicht Neurotisches? Wofür soll das gut sein? Ist das nicht ein Prozess, der Entfremdung da stattfindet? Das ist nur eine rhetorische Frage, weil es ja eine Laudatio ist, um das Denken doch anzureden. Weil man natürlich solche Tools, das wissen wir auch immer, pervertieren kann. Und da muss man, glaube ich, zeitgerechte kritischen Fragen auch stellen. Deshalb drittes Element meines Kommentars, der Begriff Erfahrung, der zweite Begriff in diesem Titel der Systematisierung von Erfahrung. Man spricht ja davon, dass man aus Erfahrung klug werde. Für mich persönlich bin ich da nicht so sicher, aber bemühe mich ja täglich. Was wir aber wissen, ist, dass Erfahrung nicht im Zentrum unseres konventionellen Bildungsansatzes steht. Und das ist, glaube ich, das Interessante an diesem Zugang, Erfahrung ins Zentrum zu rücken. Wir sind sehr gewohnt, ein Bildungssystem zu besuchen, wo ja eigentlich das Vermitteln von bestimmten Inhalten, früher Inhalte, heute Kompetenzen, das Wesentliche ist. Aber die Standardisierung, die sozusagen läuft im österreichischen Schulsystem, hat nicht das Ziel, bestimmte Erfahrungen zu ermöglichen. Also das ist mir noch nicht untergekommen. Sondern es geht um bestimmte Kompetenzen, die sozusagen beschrieben werden sollen, auf Kosten der Inhalte, die werden in zehn Jahren wiederkehren und wiederkehren, es fehlen die Inhalte und dann wird man zehn Jahre später wieder zu den Kompetenzen zurückkehren und die Pendelbewegung. Die Frage ist aber, wo bleiben die Erfahrungen? Ist es nicht das Eigentliche im Lernprozess, aus Erfahrungen klug werden zu können? Abgrenzen kann man den Begriff Erfahrung einerseits von Wissen, sozusagen dieser sichere Boden, auf den eine Wissenschaft zu führen scheint, manchmal, und in anderer Hinsicht von Erlebnis. Erfahrung ist weder Wissen, ist aber auch nicht Erlebnis, Erfahrung steht irgendwie so dazwischen. Erfahrung birgt Bewegung in sich. Das ist das Schöne, dass in Erfahrung auch das Fahren drin ist. Also sitzend erfährt man nicht. Also falls Sie glauben, Sie haben heute Abend etwas erfahren, nein, Sie sitzen, Sie erfahren nicht, müssen Sie sich schon in Bewegung setzen. Wenn Sie hergefahren sind und zurückfahren, dann steigen die Chancen, oder Sie sind nach Lateinamerika gefahren. Das kann man jetzt als Wortwitz nehmen, aber was ich damit meine, ist, dass dieses sinnliche Element ganz was Wesentliches ist. Also dieses, wir sind Menschen der Sinnlichkeit, wir sind, wir haben Anteil an der Natur, wir sind nicht rein geistig, rein intellektuelle Wesen. Erfahrung transzendiert das rein kognitive. Und deshalb erscheint es mir bedeutsam, an diesen Begriff anzusetzen, an dem, was eigentlich Erfahrung ausmacht, als ein Schritt zur Weisheit. Von dem könnte man vielleicht auch Erfahrung nach abgrenzen. Erfahrung ist noch nicht Weisheit, deshalb soll sie auch systematisiert werden. Und da komme ich viertens jetzt zu einem Bezug zu Paulo Freire mit dieser Frage nach der Sinnlichkeit und dem Transzendieren des rein kognitiven oder des rein intellektuell benennbaren. Wikipedia hat mich auch aufgeklärt darüber, dass Erfahrung etwas ist, was die Wissenschaften als Empirie bezeichnen. Ich glaube, hier irrt Wikipedia wie manchmal. Ich glaube, das ist schon was anderes, was gemeint ist. Und auch Freire meint, Paulo Freire, dass es im Lernprozess des Menschen um etwas anderes geht als sozusagen die empirische Überprüfung von Wirklichkeit. Weil Freire ist eben kein Empiriker. Paulo Freire hat von 1921 bis 1997 gelebt, um kurz diese Fußnote zu machen und vielleicht nicht alle Paulo Freire hier sind. Kontrafeil von ihm so bekannt ist in Brasilien als Volksbildner, ist geflüchtet oder musste das Land verlassen unter der Militärdiktatur, die 1964 in Brasilien die Macht gegriffen hat und hat dann Zeit gehabt, dank der Vertreibung zu systematisieren, was er erfahren hat, nämlich wie alphabetisiere ich oder wie hat er es gemacht, vor allem die analfabetische Landarbeiterinnen, Landbevölkerung, Landarbeiter, die in Unterdrückungsverhältnissen eingespannt waren, vor allem für die Zuckerrohrproduktion oder andere landwirtschaftliche Tätigkeiten und sein Zugang zur Alphabetisierung war ja, dass es nicht nur darum geht, Buchstaben lesen zu lernen, sondern die Welt lesen zu lernen und die Welt heißt, das was über die Erfahrung auch hereinkommt, über die Sinne hereinkommt, das heißt, etwas durchaus Sinnliches, etwas Praxisbezogenes mit Struktur zu versehen und dem dieses hinfällige, zufällige oder auch Determinierte zu nehmen, dass die Menschen nicht ein Stück Schicksal sind oder wie das Wetter sind, sondern Teil der Geschichte sind, Subjekte auch sind, Menschen als Wesen der Praxis zu begreifen sind und das steckt eben hinter diesem Ansatz auch dahinter, dass jene, die sich an einer Systematisierung der Erfahrungen beteiligen, sich selbst als Menschen, als Wesen der Praxis und als Gestaltende Wesen ihrer eigenen Praxis, sondern als Herren und Herrinnen oder Herrscherinnen ihrer eigenen Geschichte auch verstehen und entwerfen, sozusagen zum Projekt ihrer selbst werden können. Das ist so diese große Ankündigung, die Paulo Freya sozusagen in die Bildung hereinträgt nun auch wieder natürlich in einem schulischen Kontext nicht so intensiv rezipiert, weil was macht man mit einer Schulklasse voller Herrscherinnen ihrer Geschichte, das stelle ich mir ungemütlich vor für die Institution zumindest. Das war der dritte Punkt, der vierte Punkt, Entschuldigung, genau, die Sinnlichkeit und die Handlungsorientierung, die sozusagen der Wichtige ist und auch bei Paulo Freyre ein wichtiges Element darstellt. Und dann zum fünften, zum Begriff des Dialoges, den du auch angeführt hast, dieser Punkt soll jetzt ein bisschen eine Antwort sein oder eine Unterstreichung eines problematischen Aspektes natürlich von Erfahrung, diese Wahrheit, die da immer drinnen liegt. Also, wieso hat Wikipedia nicht recht, wenn dort geschrieben steht, Erfahrung ist in den Wissenschaften das, was Empirie ist. Empirie ist sozusagen das Gegenteil von Wahrheit. Erfahrung bleibt aber immer irgendwie vage, hat ein stark subjektives Komponente und du hast das auch sozusagen betont, dass es gerade um diese Subjektivität des Erlebens von Prozessen geht. Das steht natürlich im Kontrast zu dem gesicherten Wissen, das normalerweise Institutionen brauchen, auf dem sie fußen, mit dem sie sich verkaufen oder darbieten oder mit dem sie auch ihren Herrschaftscharakter entfalten können, auf den Institutionen nie ganz verzichten können, auch sozusagen die freundlichen. Und in diesem Sinn steht auch der Begriff Dialog als wesentliches Element des Seins des Menschen bei Paolo Freire, dem Menschen als dialogisches Wesen zu verstehen und das heißt aber auch für eine bestimmte Wahrheit bestimmt zu sein oder positiv gesprochen dafür offen zu bleiben für Erfahrungen, für Begegnungen für den anderen, für das andere Subjekt, das sich mir gegenüberstellt, als ein Dasein des Wesen, das sich nicht wegrationalisieren kann aufgrund empirischer Daten und sozusagen sagen kann, Pisa, Fragebogen, Nummer so und so, du bist da und dort einzuordnen, sondern diese Subjekthaftigkeit eben gerade erst im Dialog sich erschließt. und aus dem Dialog entfaltet sich bei Freire dann das, was er als die Lernprozesse, als den Bewusstseinsbildungsprozess versteht und der hat eben mit der Systematisierung auch zu tun von dem, was im Dialog erfahren wird. Dialog führen heißt sich selbst als Lernenden verstehen und nicht nur als Lehrenden, aber auch nicht nur als Lernenden, sondern auch als Lehrenden. Niemand weiß alles, aber es gibt auch niemanden, der nichts weiß und um da sozusagen auf eine konstruktive Stufe zu kommen, braucht so etwas wie auch eine gewisse Systematik darin oder eine Verschriftlichung, eine Benennung, eine Begrifflichkeit und deshalb ist auch die Alphabetisierung nicht ein Spleen von irgendwelchen Volksbildern, sondern ja auch ein Schritt, sich als Kulturwesen gestalten zu können, weil es mit Alphabetisierung, mit Begriffen auch gelingt, die eigene Existenz zu benennen oder Organisationsprozess mäßig oder im Sinne von eher lernenden Organisationen gesprochen, wenn es gelingt, innerhalb solcher Prozesse Erfahrungen zu benennen, zu systematisieren und auf den Begriff zu bringen, dann ist man sozusagen nicht nur dem Schicksal der Gruppendynamik unterworfen oder dem Schicksal der Stakeholder oder wenn es Shareholder sind, gibt es ja auch in Organisationen, denen man sozusagen hilflos unterworfen ist oder wie ich es aus NGOs kennen, dieses der Habitus der hechelnden NGO-Mitarbeiterinnen, wir haben alle zu viel zu tun und keine Agenda, die uns Luft lässt, vor allem nicht für Lernprozesse, das ist kein Schicksal, also man sagt ja in der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit oder hat man in den 70ern formuliert, Hunger ist kein Schicksal, Hunger wird gemacht, so ist es ja auch mit dieser Zeitnot, Zeitnot ist kein Schicksal, Zeitnot wird gemacht und für eine Systematisierung kann man auch ermöglichen, solche Orte zu finden, wo Räume für Reflexion auch sich öffnen. Und damit zum letzten Punkt, zum sechsten, zu den Grenzen des Konzeptes, ich denke, über die lohnt sich wahrscheinlich jetzt auch die Diskussion zu führen oder wäre eine Frage, die mich auch beschäftigt hat in der Vorbereitung, es gibt sozusagen eine Grenze, die sich aus der Widerständigkeit des Gegenübers ergibt und die man vielleicht jetzt ja einfach als Problem sehen kann und halt angeht, nämlich dass Wissensregime normalerweise auch hierarchische Formen sind, mit Wissen umzugehen und dass Institutionen nicht immer großes Interesse an diesen Selbstlernprozessen haben oder wenn sie sich als lernende Organisationen verstehen, weil jeder Konzern, der etwas auf sich hält, hat ja ein Human Resource Management, also Managed Human Ressourcen und da steckt natürlich ein Element von lernender Organisation drin, aber mit einem anderen Ziel als das, was hier beschrieben wird, nämlich dass auch die Mitarbeiterinnen oder die Beteiligten aller Ebenen durchaus sich selbst hinterfragend, aber auch institutionelle Prozesse hinterfragend am Lernprozess und an der Wissensgenese der Organisation beteiligt sind. Also da kann es einfach sein, dass es möglicherweise zu viele Organisationen gibt, die nicht wirklich ein Interesse haben an solchen Konzepten, weil sie sozusagen widerständig sind, weil es kann einfach passieren, dass die Mitarbeiterinnen da Perspektiven haben oder ein Wissen hervorbringen, dass die eigentlichen Zielen der Institutionen nicht dienlich sind und das kann im NGO-Bereich, denke ich mir, genauso passieren, wie jetzt im Profit-Bereich, wenn ich da jetzt Konzerne angesprochen habe oder wenn wir an die Institution Schule denken, wo ich mir denke, da gibt es viel Erfahrung, die zu systematisieren wäre. Da gibt es viel, wo es lohnen würde, das aufzuarbeiten, weil ja auch sehr viel experimentiert wird in den Klassenräumen, sehr viel Innovation praktiziert wird, aber selten so systematisiert wird, dass die strukturverändernd wirkt. Das wäre sozusagen eine Grenze des Konzeptes, also sind denn unsere Organisationen überhaupt dafür offen und reif? Denken wir auch an politische Parteien, also wir sind jetzt in der grünen Bildungswerkstatt, wie schaut das sozusagen in einer politischen Bewegung aus, auch in anderen Parteien? Die andere Grenze ist so die Frage, wo braucht es mehr als Erfahrung und systematisierte Erfahrung? Wo gibt es dann schon Elemente, wo es so etwas braucht, wie Daten, Fakten, wie Geschichte, die strukturiert und quellenkritisch aufgearbeitet wird? Also wo ist sozusagen die Grenze des Erfahrungsansatzes, der mir sehr wesentlich erscheint, aber sozusagen jetzt auch nicht die gesamte Existenz ausmacht? Der Ansatz zeigt, dass welches Wissen auch immer man braucht, Wissen offen bleiben muss. Ich denke, das wird angesprochen in so einem Konzept wie Systematisierung der Erfahrung. Wenn Wissen nicht offen bleibt, dann kann es nicht dialogisch sozialen Prozessen dienen, politischen Bewegungen zur Motivation, zur Horizonterweiterung sozusagen zu arbeiten, sondern dann wird Wissen zu etwas, das in Kommuniqués durchgegeben wird. Also das Kommuniqués ist sozusagen für Paolo Freire der Gegenentwurf zum Dialog, also wo nicht dialogisches Arbeiten stattfindet, dort wird in Kommuniqués kommuniziert. Das kennen wir alle aus den meisten Strukturen, in denen wir tätig sind. Also ich bin ja Lehrerin da an der Universität Wien und ich bekomme dann immer so Mailings von der Universitätsleitung, die sind also Kommuniqués, die mich darüber aufklären, wie erfolgreich meine Universität jetzt wieder geworden ist. Wir haben nämlich jetzt auch einen Satelliten in den Himmel geschickt, aber sozusagen keine Einladung zur dialogischen Beteiligung. Und es ist gerade für die sozialen Bewegungen, für die Gruppen, für diese Beispiele, die du genannt hast, ja sehr wichtig, nicht auf dieser Ebene der Kommuniqués zu bleiben, sondern ein dialogisches Lernen zu praktizieren, das offen bleibt für neue Formen des Wissens und daher sozusagen auch neue Horizonte zu betreten wagt. Ja, soweit meine sechs Punkte. Danke. Danke. Applaus Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020